Die katholische Kirche in Wuppertal eröffnet am Abend eine Ausstellung zum Leben von Papst Benedikt XVI. Auf Lichtstellen werden in der Laurentiuskirche und dem katholischen Stadthaus die Lebensstationen Josef Ratzingers dokumentiert. Von seiner Jugend bis hin zu seiner Wahl zum Papst. Ergänzt wird die Präsentation durch Audio- und Filmbeiträge. Die Ausstellung ist bis zum 8. Juli zu sehen und soll auf die Stadtwallfahrt nach Rom im Herbst vorbereiten.